Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lara Croft and the Guardian of Light. Ähm... Was haben wir letztes Mal gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon mal ein guter Start. Ich weiß nicht mehr, was ich letztes Mal gespielt habe. Was war das? Hallo? Oh, ich spiele der Dicke. Nee. Ich kann doch springen, oder nicht? Das ist doch ein Dicke! Ich werde nicht schreien. Ich dachte, wir sind da. Hä? Wir sind da. Nur schiebe, oder? Nur springen! Ui! Na komm. Na komm. Und zwar, ich hab wieder mal die, äh... Aua! Ach, hält dich. Ich verliess das alles. Hä? Versteh ich. Ach doch, versteh ich. Aua! Aua! Ich mach die jetzt kaputt ohne Scheiß hier. Ne? Ich lauf da nämlich die ganze Zeit rein. Äh... Ja, aber dazu müsste ich ja... Ja, das war jetzt clever. Komm mal mit. Kommst du da nicht rüber? Ah, du kommst da nicht rüber, richtig. Ja, aber... Ach, ich muss den bestimmt hier hinlocken. Und dann auf die Teile hier schießen. Komm mal! Ach, ich hab... Ach, ich hab... Okay. ...oder? I don't know. Das war jetzt aber äußerst... Ui! Ach, geil, will ich da gemacht. Clever. Ich dachte, ich nehm jetzt einfach noch ein bisschen auf, bevor ich nachher so müde bin, dass ich... ...meine eigene Hand vor Augen nicht sehe, oder irgendwie sowas. Sind wir überhaupt richtig? Ach, ich weiß nicht. Ah. Okay. Ja, okay. Der Schalter gelookt natürlich jetzt rein gar nichts mehr. Ja, wir sind hier. Man hat's gerade klingeln gehört. Das ist halt mal ein Zeichen dafür, dass wir das... Uh, Jesus. Jesus. Äh. Das da, ey. Jawohl. Nicht so wirklich, jawohl. Ui. Tut mir leid, Lara. Ja, was ist da jetzt? Nix. Nein. Ist das so ein Dicker? Ein sehr, sehr Dicker. Ein sehr, sehr, sehr Dicker. Oh je. Oh Gott. Oh je, oh Gott. Oh je, oh Gott. Oh je. Oh, oh, oh. Oh Gott. Ähm. So. Hier. Hier, ne? Okay, komm schnell da rüber, rüber. Okay, er bricht. Okay. Oh, fuck. Fuck ist total das Wort. Das... Das... Ich krieg' die... Aua. Zolltetier. Mensch, geht ja gar nicht. Weil das ging jetzt sehr gut. War da nicht nochmal einer? Ich hätte jetzt gern ein Medipack. Oh Gott. Oh, da drüben ist eins. Halleluja. Da ist halt nur so ein... Hübscher, glänzender Stein drin. Das macht natürlich nichts, aber... Mir wäre dann doch das andere Leben gewesen. Ah, da. Hey. Ich werde warten. Naja, so hässlich wie du bist. Geht nicht. Wir sind voll. Okay, hier ist nix mehr. Und ich hab für euch... Nur für euch und für mich... Hab ich Kaffee getrunken. Ich hasse... Kugel. Oh, oh. Komm schon. Und die Eier hätt's auch getan. Ich bin total... Sexistisch manchmal. Nicht sexistisch. Aber total Männerfeindlich in meinen Let's Plays. Manchmal das denkt man gar nicht. Aber eigentlich... Bin ich gar nicht so Männerfeindlich. Eigentlich. Aber ich mein, irgendwas ist ja zu kurzem. Deswegen war... Jesus. What the fuck. What the fuck. Übrigens, gab's da neulich ein Thema. Neulich? Ich hab's da... Gab's da ein Thema im Let's Plays Forum. Und zwar... Ich bin da gerade nicht mehr unterwegs. Das ist ein ziemlich guter Zeitvertreib. Was stand denn da? Achso, wie habt ihr euren Eltern gesagt, dass ihr Let's Plays macht? Ich hab das... Ich hab das meiner Mutter überhaupt nicht gesagt. Das hat jemand anders für mich übernommen. Ich find das echt witzig, weil... Ich mein, ich hätt's hier auch nicht gesagt. Nicht, wenn ich nicht... Das ist nicht was... What? What? No. YouTube... ...partner werden wollen würde. Also, weil ich ja noch nicht 18 bin und alles. Irgendwo anders Partner. Halt... Wenn ihr irgendwo Partner werden wollt, müsst ihr meistens 18 sein. Das wäre... Oh, Jesus. Vorteil. Aber da ich ja weder A noch B... Oh Gott. Alter. Alter. Total uncool. Oh, Gott sei Dank. Wow. Der Dicke. Komm, 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 komm. Like a boss. Lass uns in den Sword. Ist ja auch so ein gewisser Boss-Gegner. Und da war ja mal einer von uns. Ah, ich will hinter mir was. Das hört sich aus. Boah! Ach so. Mit den Monstern inspirieren. Oh. Ach, schön. Wir starten wieder hier oben. Okay. Dann ist ja gut hier. Aber ich glaube, dafür haben wir jetzt nicht viel Zeit. Moment. Verpiss dich. Okay, ich habe gleich gesucht. Ja. Eindeutig. Hallo. Was geht? Nein. Wir werden übrigens, wenn ich Tomb Raider Underworld spiele, werden wir sehr viel Spaß haben. Ich gucke mal, ob ich... Ne, Anniversary, nicht Underworld. Entschuldigung. Was? Neues Charakter-Outfit freigeschaltet. Spieler 1. Sammeln Sie 1.414.000 Punkte. Lara Croft-Dschungel-Outfit 1. Wo können wir das ausrüsten? Ach, guck mal, wir haben nur eins nicht. Zerstören Sie die drei versteckten Urnen Munitions-Power-Up. Okay. Oh, was ist das denn? Wir sind jetzt übrigens im Spiel über die Hälfte hinaus. Also ich habe das... Ich kann das... Beim nächsten Mal kann ich das zeigen. Und wir kommen echt gut voran. Naja, beim Hochladen... Ich bin jetzt erst bei Folge... 6 habe ich, glaube ich, erst hochgeladen. Weil Hochladen ist echt schwierig. Dadurch, dass die Parts so... Was ist das? Oh, guck mal. Nein. Nein. Ich möchte... Guck mal. Nein, Lara. Ja. Ja. Komm schon. Nutshot. Oh, Jesus. Direkt vor mir. Und ich wurde gefragt, ob ich WoW spiele. Das muss ich aber noch gucken. Also ich werde es auf jeden Fall spielen. Zumindest den Probe-Teil. Weil man da ja einen monatlichen Betrag zahlen muss. Und sowas mache ich nicht. Also sowas darf ich auch gar nicht. Bin ich minderjährig. Aber sowas mache ich auch nicht. Weil... Ich weiß nicht, was ich so meine. Für... Äh, für Geld. Genau. Etwas für einen monatlichen... Oh Gott, das sieht nicht so gut aus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Also, ich weiß, dass es ein scheißes Biss ist, aber... Das ist auch nervig, wenn wir die Dinger jetzt die ganze Zeit im Rücken haben. Das muss ich echt sagen. Das ist wirklich extremst nervig. Die bleiben ja nicht vor allem so lange liegen. Ach, wir haben den schon tot? Tot, okay. Nein, komm. Warum können die denn nur so sterben? Das ist total... Warte, lass mich mal was probieren. Ja, geht auch nicht. Doch, geht. Geht, geht, geht. Oder? Ja, natürlich. Wow, cool. Super, nice. Ja, bau dich zusammen. So, super schön. Hätte ich das nur mal früher herausgefunden. Siehste? Hätte ich mir einigen Ärger ersparen können mit diesen hässlichen Teilen. Jesus Wasser wird sich durch euer Blut raut schärfen. Seht nur meine Macht. Ihh. Äh. Nein, 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 nein. Oh, Jesus Christ. Na, bis ich nochmal sage, schnell weg hier. Ja, okay. Boah. Nein. Das ist dein Ernst. Ziemlich schloch, um ehrlich zu sein. Nein, da hole ich jetzt nicht. Ich hab's so was. Knicken! Lera! 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 Wow. Holy motherfucker! Also, äh, ja, ne? Ihr wisst schon. Ei! Oh mein Gott, ich dachte, wir sterben. Ich hab's wirklich. Nein! Lera! Da war aber ein Checkpoint mittendrin, hab ich gehört. Ja. Von dem aus, wenn wir jetzt nochmal starten. Boah, wir wären hier fast. Ne? Wir sind hier schon mit. Erschlagen von diesen Teilen. Aua. Aua! Again? Again, again, again. Komm. Fast. Knapp, knapp, knapp. Ich weiß nicht, wie wir den Teilen entzahlen. Jetzt. Lauf mir fast. Jetzt, jetzt. Puh. Ey, ich hoffe, wir müssen uns noch mal reinziehen, ne? Lera, schneller, schneller, schneller. Schneller. Schneller, Lera, schneller. Schneller, 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 schneller. Schneller, Lera, schneller, schneller, schneller. Oh, da war nochmal ein Checkpoint. Yay. Ich kann mich hier so ein bisschen ficken, Alter. Wow. Wow, schnell. Oh, Lera. Vor wie bei Temporun. Da muss man ja auch immer rennen und rennen und rennen. Immer nur geradeaus. Nur, dass es mit der Steuerung hier nicht ganz so einfach ist. Das muss ich sagen. Ja, okay. Okay. Alles klar, wir fliegen nochmal kurz runter. Okay. Fliegen wir hin. Wobei ich ja schon halb den Finger krumpf. Krumpf wie krumpf. Krank. Äh, krank. Genau. Am besten finden wir noch mehr Worte. Das ist mir mal ein bisschen Vorsprung. Okay, wir müssen warten. Warten. Und jetzt. Äh, nicht. Doch, Moment. Jetzt. Oh, pfu. Go and suck my dick, bitch. Oh, pfu. 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 Vielen Dank.